Willkommen zurück zu Let's Play Together Voiland 2 mit mir den altbekannten Backfisch und den altbekannten Wolf Peck. Hi. Der Lippenwasser. Genau. So. Wir laufen dann rüber zu Claptrap. Claptrap. Ich habe gerade noch ein Stück Mango im Mund. Wie unprofessionell. Es wird vermutlich einige Überredungskunst kosten, damit Claptrap nach 1000 Cuts kommt. Ich will abklatschen diesmal, wenn's geht. Bitte? Wir müssen abklatschen, wenn's geht. Oder auch nicht. Ich verpflichte dich als meinen Untertan und dann greift Angel zufällig Sanctuary an. Kapierst du nicht? Jack hat es auf mich abgesehen. Es wird Zeit zurückzuschlagen. Wir treffen uns in 1000 Cuts. Oh yeah. Dann los. Hallo. Kannst du sie hören? Was? Also sie, die geklopft hat. Also sie, genau die. Hab ich gerade nicht mehr Mühe gekriegt. Okay. Machen Sie die Schnellreise. Ich bin schon dabei. Los geht's. Wo geht's hin? Nach 1000 Cuts. Warum? Weil darum. Was machen wir da? Das machen wir da. Das machen wir. Ahem, tschuldigung. Das ähm, ja. Es gibt ein fettes D-Abo, ey. Ist mir egal. Ich habe sowieso eine inaktive Abonnenten, von daher... Ich bin voll egoistisch von dir. Weiß ich. Komm, wir laufen einfach durch. Und tust du das. Weil ich kann. Ja. Das ist ein Grund. Hey. Was? Ja, du rennst einfach durch. Ja, dachte ich mir. Huh. Dachte ich mir so, ne? Ich will mal einen Treffer, mal gucken, wie viel Schaden hat noch. Alter, dieser Sniper ist... Die redet mit einem, ey. Was? Die Sniper redet mit mir. So. Ja, trifft ihm die Claptrap. Ich find die voll geil. Huch! Das vergesse ich manchmal. Deaktivierst du mal, chill, du scheiß Roboter. Yeeeey! Juhu! Yippie! Oh Gott. Jetzt kommt's. Oh Gott, mir schwarnt. Alter! So. Hier schwarnt Böses. Was da war denn noch? Oh Gott, Alter. Jets, was denn noch? Komm, einfach durch. Okay. Okay. Nein, da kommt nix raus. Oh, Arruhe ist hier. Uff! Huh? Ein Jetloader? Vielleicht nicht mehr. Ach, der Pfilfe. Also der Kopter hat unsere Hilfe einander. Oh, ich kombiniere mich immer um den Konstruktor hier. Oh. Oder er um sie eigentlich. Ist aber gut hier, ey. Übertreiben sie ein bisschen, ne? Alles gut. Musst du eigentlich nur killen. Ja, den wollte ich killen, aber okay. Oh, Entschuldigung. Alles easy. Alter, diese Schott, diese... Schaffest du mir wer? Ohne Witz, das redet mit mir. Das macht sich vorunter, wenn ich nachlade. Sei vorsichtig, Slap! Meine Jungs sehen haufenweise Arschlöcher zwischen dir und dem Bunker. Ich weiß, du schaffst das! Vorsicht! Scheiße! Ähm... Alter, lauf noch weiter, du Arsch! Meine Fressie, ja! So, der ist hier resistent. Yo! Das wird, glaub ich, nicht einfach hier jetzt durchzukommen, ne? Einfach durchrennen. Das sagt sich so einfach. Ja, klar. Das sagt sich immer so einfach. Die werden dir keinen roten Teppich ausrollen! Achtung an! Sie lassen sich die Schützer an den Türmen zerstören, damit sie die Tür öffnen! So, ähm... Gino? Das schärft dir! Bitteschön! Danke! Oh! Hi! Völle Begrüßung hier! Huch! Was wollt ihr denn? Alter, so viele Roboter! Gott des Willen! Ah, ey! Oh! Das wird mir bestimmt irgendwann mal helfen! So, einer ist davon! So, weg, ey! Warum müssen wir eigentlich alle erledigen? Na, keine Ahnung! Aber die gehen schon auf den Nerv deswegen! Ja! Auf den Zug, falsche Killen und dann weiter geht's! Bäm! Ja! Geh mal hoch! So, ich mach hinten nochmal fix die Kisten auf! Ja! Oh! Bett ist konflikt doch nicht geil! Warte, ich bin gleich da! Huch! Ein Zwergtechniker! Was will der denn? Hast du ne Macke oder wat? Ne, ne, ne! Hallo, guck! Hallo, hallo, hallo! Sag mal! Jetzt haut der einfach ab, der Spasti! Ähm! Wiedersehen! Warum brenne ich grad? Meine Fresse! Warte! Wieviel Energie... Wieviel... Schüsse brauchte ich denn da? Zu vieler! Alter! Fotzenkopf! Auf jeden Fall dieser Badass, der ist tot! Hier ist nochmal Iridium! Das sind Roboter, deswegen haben die... Viel Panzerung! Oh! Kannst du mal stehen bleiben, du Saftarsch! Mann! Alles weg, alles weg! Nein, fast alles weg! Da oben! Huch! Äh, wir gehen weiter am besten! Ja, Moment! Alles klar! Fuck! Was ist das für ein Teil? Was ist das für ein Teil? Ja, genau so nervig wie dieses... äh, dieser Zwerg gerade! Gebiet freimachen! Yay! Brennen! Yay! Nicht sterben! Yay! Vor ein paar Jahren habe ich mit Wilhelm, deine Freundin Tannis besucht! Eroberer des Hochlands! Eroberer des Hochlands! Hast du einfach drei geschaltet? Ja! Ich nicht! Dann fehlt bei dir irgendwas noch! Sie zeigen Gnade! Nö! Oder Steam Overlay ist gerade nicht möglich mehr! Könnte auch sein! Hatte ich aber bei mir auch schon mal das Problem! Oh, was ist das denn hier? Wow! Wow! Oh! Wow! Gönnt ihr, gönnt ihr, gönnt ihr! Oh Gott! Ja, gleich mit dem zum Verkaufen! Wir haben ja noch nicht genug Geld! So! Mach auf die Boots! Yay! Schöne Musik! Der Bunker! Elektrische Elementarschaden zerstört Schilde! Nö! Ich glaub's da nicht! So! Schau nach oben, Slap! Mein Helikopter kommen! Was? Mein Baby erwähnt! Schalte die Automatikgeschütze aus, Slap! Die dezimieren deine Luftunterstützung! Ich möchte erstmal ein bisschen Munition kaufen, bevor wir loslegen, ne? Danke. Achso, oben drüber. Hab ich gerade schon gewundert, wo wir jetzt hin müssen. Immer laufen, immer hoch. Okay, Schluss mit lustig, Kinder. Brick und seine Versager konnten meinem Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht. Nicht? Das wollen wir sehen. Jawohl! Ein Automatikgeschütz weniger! Was? Elf Stück! Was? Ja, ich versuch auch von hier oben abzuschießen. So, nächstes weg. Huh! Ach, bin ich hier jetzt... Hallo! Ey! Backe ich mich hier auch noch fest? Na, ganz toll. Ich verziehe mich. Was, Alter? So... Der weg. Der weg. Wenn wir mal gucken... Wie soll... Hä, wie soll ich da hochkommen? Hast du den gerade schon erledigt hier oben? Ja. Oh, okay. Alles gut. Ich muss nur killen. Oh, Entschuldigung. Oh, da war ich nicht. So, warte mal. Wo ist jetzt hier das nächste? Ach, da drüben. Eine Granate. Die Sache hat sich vergessen. Okay. Meine Güte, trifft das Ding jetzt hier. Oh. Was kommt zu dir? Das ist gut. Oh, diese Laserstrahlen, die nerven so derbe. Ja. Ja. Ach ja, guck mal. Da vorne ist noch einer. Kommt dran. Ja. Sehr gut, Slam. Sobald wir den Bunker knacken, kann ich nichts davon abhalten, dir den Kammerschlüssel zu schnappen. Kämpf immer weiter. Die Slabs haben Munition für dich. Du hast noch mal... So, ich gehe mal ganz kurz hier unten rum. Ja. Ich glaube nämlich, dass hier vorne auch noch eins ist. Ja, genau. Bin gerade jetzt zum Äußern unterwegs. Ja, ich bräuchte aber gerade ein bisschen, äh, nicht von der Schütze, sondern, keine Ahnung. Ja, warte, warte, warte. Alles gut. Ähm, hier sind noch ganz viele Granaten. Oh. Alles gut. Medikids, komm, lass uns jetzt in deinen Platz rum. So, komm, ein Ding fehlt jetzt noch. Ja. Huch. Ja, ganz toll. Scheiße. Warte, ich bin sofort da. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Glaubst du wirklich, ich würde Angel nur mit ein paar Pots und wackeligen Kanonen schützen? Weißt du, du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Oh Gott. Das ist der Bunker. Das ist der Bunker. Das ist der Bunker. Der größte Verteiligungspot, der je gebaut wurde. Ich habe ihn selbst entworfen. Jetzt tu mir einen Gefallen und sterb. Oh Mist. Der Bunker hat angehoben. Jetzt wird schmutzig. Granate, Granate, Granate. Granate, noch eine Granate. Wo ist denn der Bunker? Ach, da ist er. Hier Bunker. Wie wär's mit dem Granate kommt? Ja. Und wie dem gar nichts abzieht. Nö, nö. Alter, finde, was ist hier los? Da, lass den roten, endlich. Oh, wow, 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 wow. Oh. Ich versuch's jetzt nochmal mit einer Rakete. Das war klar, dass der jetzt auf diese Entfernung ausweicht. Ist ganz klar. Saft, Arsch. Das wird auch da. Mörserfeuer, Mörserfeuer in Deckung. Endergut. Wuh. Oh, der Bunker ist schlecht. Alter, ich kann das Ding nicht treffen. Der Bunker ist kaputt. Ich komm grad machen, was ich wollte. Ich konnte das Ding nicht treffen. Okay. Wie, der lebt immer noch? Na ja, klar, so ein bisschen Energie hat er noch. Ernsthaft? So, jetzt erst. Komisch, mit der Shotgun konnte ich ihn treffen. Ja. Mit dem Raketenwerfer nicht. Gell? Oh, und Eridium. Wenn der Bunker zerstört ist, kommst du an die Türe zu meinen Räumen heran. Mach schnell. So, jetzt einmal nach unten. Erstmal gucken, was der getroppt hat. Sagen wir so. Ganz viele Affen. Ui, sie ist ganz gut. Die ist auch nicht schlecht. Die Shotgun. Warte mal, was hat er denn jetzt hier? Ja, eine Pistole. 502 mal 2. Möchtest du eine Shotgun haben? Ich guck jetzt mal den Schaden. Äh, was war sie nochmal? 338 mal 15. 338 mal 15. Mhm. Hat die einen Effekt mit bei? Nein, nein, nein. Hm. Schmeiß mir erstmal rüber. Ich muss sie mir erstmal richtig angucken. Da braucht drei Schuss pro, ne? Da braucht drei Muni pro Schuss. Das macht meine jetzt auch. Die hat ja noch den Elektro-Schaden mit dabei. Also, mal gucken. Hä? Wo ist sie denn jetzt? Hallo? Ach da. 338 mal 15. Boah. Genauigkeit ist höher. Feuerrad ist auch höher. Ladegeschwindigkeit ist höher. Aber die hat nur vier Magazingröße. Ja, deswegen. Nee. Ich lasse die andere lieber drin. Also, die ist nur ein bisschen lieber. Okay. Alter. Nein, das mache ich nicht. Nein, nein. Ich bin gleich da, Soldat. Ich flattere zur Rückseite des Controller-Kerns hoch. Wir treffen uns drin. Bereite Bio-Scan vor. Bitte auf das Hyperion-Emblem stellen. Okay. Ja. Und nun? Hallo, Sexy. Bitte Passwort eingeben. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich hoffe, der Stimmmodulator funktioniert, sonst war das alles umsonst. Schlebe dich. Ich liebe dich. Zugang gewählt. Jippie. Nimm es als eine letzte Warnung. Nein, nimm es als meine letzte Warnung, Kea. Kriegen sie rein. Und ich verspreche dir, ich mache es kurz. Aber ich schwöre dir, einen Schritt weiter. Und jeder Menschen-Sanctuary kann im Sternen zusehen, wie ich ihm seine Lunge aus dem Leib reiße. Durch den Knopf. Was ich durch, ja. Sehr schön. Nein, kann den Kammerschlüssel nicht aufladen. Man braucht einen Katalysator. Etwas, das seine Kraft erweckt. Man braucht eine Sirene. Jack hat sich seinen Sirenen-Katalysator vor langer Zeit gesichert. Er versteckte sich jahrelang vor der ganzen Welt. Aber endlich kannst du sie befreien. Sie ist es. Pass auf. Jetzt ist es sie. Ich habe es auch irgendwie so ein Gefühl. Tutututututut. Ich registriere, dass du dich näherst. Beeil dich und stoße zu mir. Du musst den Kammerschlüssel holen und mich ausschalten. Gott sei Dank, da haben wir Ruhe. Und mich ausschalten. Alles klar. Fertig. Nicht gewisse. Was? Tschüss. Gut, fertig. Control Core Angel. Angel. Angela Merkel. Hey, 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 hey. Wir schalten die Angela jetzt aus. Was ist das hier? Phasenverschiebung wird ausgeführt. Der Schlüssel ist hier. Aber... Um zu verhindern, dass Jack den Krieger erweckt, reicht es nicht, den Kammerschlüssel zu stehlen. Du musst auch seinen Katalysator zerstören. Du musst ruhig... Das heißt, wir müssen die jetzt besiegen, oder was? Angel. Zerstören. Jack kumpte mich jahrelang mit Iridium voll und benutzte mich, um den Schlüssel aufzuladen und seine Gegner zu manipulieren. Werden die Iridium-Injektoren zerstört, die mich... am Leben halten, wird der Schlüssel nicht weiter aufgeladen und eine lebenslange Knechtschaft endet. Weg von meiner Tochter, verdammt! Was zum... Verdammt, was soll das? Angel! Ich halte dich auf, du Verdammter! Ach, nichts los! Iridium-Injektoren! Zerstöre sie! Hier. Wo dann? Die Iridium-Injektoren? Ach, da oben die! Ja, genau so! Und jetzt die anderen! Wow! Wow! Hä? Ich würde ja gar kein Leben. Oh! Der Fahrrad bei mir in der Buff-Frame-Einbruch. Ähm... Oh, was ist das? Hi! Das ist aber nervig jetzt. Engelhafter, what the fuck. Oh, wie süß! Engelhafter Wächter! Oh, 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 oh! Genau, einfach drauf schießen. Uh! So, den einen hier übernehme ich. Ach, der ist schon wieder resistent dagegen. Ach, wir können es auch anders machen. Sooo, hier hat er auf. Okay. Ja. Ich finde Engel cool. Oh, Alter. Herrgottstreffer! Hass! Ich kann mit dem Raketenwerfer nicht züllen. Alles gut. Fuck. Oh, ist auch schon wieder resistent. Ich glaub' das nicht. Wow. Ähm, ja. So, warte. Macht's gut. Das ist dein Ernst, Alter. Digga. Guck mal, ein Ding hat es doch schon da oben. So, wann können wir uns denn jetzt mit diesem Scheißdinger da oben kümmern? Gute Frage. Ich schicke dir von dem. Ja, wie oft denn noch? Ja, hast du's gerade gesehen? Ich konnte mit der Waffe gar nicht abziehen. Ja, hab's gesehen. Oh. Ach, da oben ist Roland. Ah, da sind die Nächsten. Ist da ein Boss? Halt. Kommt mir auch schon so langsam vor. Sei nicht so flim wie... Wilhelm? Nein, erinnere mich nicht an den Arsch. So, tötet ihn. Hab angeschlecht für dich. Ja, super. Ähm, Gino? Ja, ich hab's schon gesehen. Du störst wieder schneller. Du darfst nicht so oft hier am Boden liegen. Dann... Ja. Ganz toll. Ja, super. Dankeschön. Klasse. Ach. Na ja. Dann werde ich jetzt eben nochmal Munition auffüllen. Äh, kann ich gar nicht hier. Toll. Nee. Ähm, ich komme auch nicht zurück. Wie? Nicht zurück. Ja, das Tor ist zu. Ey. Ja, wunderbar. Super. Ja, warte. So. Wir machen jetzt erstmal einen... geschnitt. Das ist eine gute Idee. Und rüst uns dann für die nächste Folge. Dann sag ich einfach mal, bis zur nächsten Folge. Genau, bis zur nächsten Aufnahme. Macht's gut. Ciao.